Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Technik mit dem Marco zusammen. Und dem Tino. Ja und wir haben wieder einen neuen Mod für euch vom CrackTag Pack und ja, was wollen wir vorstellen? Und zwar die Labatronic Energy Storage Unit. Ist keine gewöhnliche Speichereinheit, sag ich mal so gleich. Und zwar, ihr könnt erstmal, für die technischen Daten, ihr könnt erstmal maximal 512 EU Input reinschießen in das gute Stück. Ihr könnt 512 EU Output entnehmen und habt ein Storage von, oh, das sind viele Nullen. 1, 2, 3, 200 Millionen, 2 Milliarden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 2 Milliarden. Ja, oder? Was denn? Stumm oder was heute? Hä? Hallo? Ich kann auch so rechnen. 2 Milliarden müssten sein. Denn wenn ich mich verrechnet habe, dann sagt es mir einfach. So, egal. Den guten Block stellt ihr hier hin. Und jetzt kommt nämlich das Lustige. Dazu gibt es noch eine Erweiterung. Den LESU-Block. Den könnt ihr hier quasi einfach dran bauen. So wie der Marco gerade schon gemacht hat. Und das unendlich. Also man kann hier auch seitlich bauen. Man kann übereinander bauen. Man kann auch unten bauen. Man kann überall hin bauen. Du kannst ja mal kurz auf den Block aufklicken vorne. Und dann beäugt mal kurz, sodass du siehst, was da passiert. So, und da gibt es nämlich eine schöne Sache. Ihr seht's. Zack, zack, zack. Die Speichereinheit erhöht sich. Und zwar. Aber warte mal. Ja, was mich jetzt gerade wundert ist, wenn ich jetzt auf den Block direkt fahre, wieso steht denn da 512 EU in und Output und Storage 2 Milliarden? Und hier oben steht 82 Millionen. Und maximal Input 128 und Output 86. Wenn du jetzt über dein Inventar rübergehst, das ist dein Maximal-Output. Was du erreichen kannst. Ach so, was man erreichen kann. Okay, also der hat das noch nicht, wenn man den einfach so kauft. Sondern da hat er noch, Moment, ich setz mal noch einen, wenn man da jetzt einfach mal draufklicken. Warum können wir den jetzt nicht anklicken? Warte mal kurz. Jetzt ja. So, dann hat er nur eine Million Storage, weil wir haben jetzt hier schon so einen Block drangebaut. Und hat 32 Input und 5 Output, glaube ich. Genau, 5, 32 In, eine Million. So, und wenn wir jetzt mal hier schauen, der hat jetzt schon 114 Millionen Storage, hat einen Input von 128, was sich jetzt gerade auf 512 erhöht hat. Und ein Output von 100, ja, seht ihr ja, steigt an. Und zwar umso mehr Blöcke der Marco hier baut, jeweils um 1 erhöht sich dann quasi der Output und jeweils um 100 Millionen erhöht sich die Maximal-Storage. Und wenn ihr quasi den maximalen Input erreicht habt, geht es auch wieder eins höher. Also von 64 auf 128 oder, warte, was ist der Anfangsinput? Anfangs ist es 32. Ja, 32. Dann auf 64, glaube ich, und dann auf 128. 28 und dann auf 512. Und dann auf 512, genau. So, jetzt sehen wir, jetzt haben wir schon einen maximalen Output von 211. und Marco Bauden baut. So, und da könnt ihr hier eine riesige Batterie bauen, was ich eigentlich total cool finde. Und das Lustige ist, diese LSU-Blöcke, LESU-Blöcke, das Einzige, was ihr dafür bräucht, ist ein Electronic Circuit und ein Chunk-Off oder ein Lapis-Lazulli-Block. Genau. Mehr braucht ihr dazu nicht. So, und die, die, die die LESU, also die Storage Unit. Dazu braucht ihr einen LESU-Block, einen LV-Transformer, einen MV-Transformer und zwei Advanced Circuit. So, also es hält sich alles in Grenzen. Ich meine gut, Materialien gehen natürlich, gerade der Lapis-Lazulli geht natürlich extremst drauf, wenn ihr, sage ich mal, das in dem Stil bauen wollt, wie es der Marco hier gerade macht. Also da braucht ihr schon Massen. So, aber wir haben jetzt immerhin schon einen Output von, 360 fast und eine Storage-Einheit von fast 361 Millionen. Also das, das ist dann schon nicht schlecht, ne? Ja, ist schon mal ein ordentlicher Speicher denn. Genau. Wie gesagt, und sieht irgendwie cool aus, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie geil, wenn man so einen extra Raum hätte, wo nur einfach so eine gigantische Batterie drin steht. Richtig. Also, wer da Bock drauf hat oder so, ich meine, ich denke mal, bei uns im Let's Play werden wir es jetzt ja nicht bauen. Aber wer da Bock drauf hat, einfach mal bauen. Sieht echt cool aus. So, na gut, das war es erstmal gewesen zu diesem Mod. Wir sehen uns bei der nächsten Mod-Verstellung wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.